Das war's für heute. Daumen nach oben da. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir die 1000 Likes wieder knacken. Die letzten beiden Episoden sind so krass gut angekommen. Freut mich mega. Es ist nur ein Like und ich bin mir sicher, wir können diese Statistik aufrechterhalten, wenn ihr denn nur liked. Ich würde mich, wie gesagt, tierisch darüber freuen. Und der blaue Daumen, das ist der Button, den ihr drücken müsst. Kanal abonnieren könnt ihr mit dem roten Button unter dem Video. Ja, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, natürlich auch von Project Newcastle, gar keine Frage. Dazu IGVolt 6% Rabatt mit den Comax Gaming TV, eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft Google, oder meines Social Media Links und mein Merchandise. Alles dabei, aber heute tragen wir nicht mein Merchandise, sondern das Trikot von Newcastle, vom Newcastle Football Club. Und ich freue mich, dass wir heute gegen Reading und gegen Bristol City spielen. Und dazu haben wir noch ein weiteres Spiel. Und zwar simulieren wir im Pokal gegen Preston Northern, sind auch in unserer Liga. Ja, dementsprechend auch das Spiel wieder relativ interessant. Wir spielen vor allem zu Hause wieder. Das heißt, wir können auch gut simulieren. Die Frage ist, ob es funktionieren wird. Aber das werden wir sehen. Wir werden auch nur bis zum Transfer-Deadline da gehen, weil es kann ja sein, dass wir heute noch eine Challenge erfüllen oder so. Beziehungsweise wir haben ja noch einen Transfer. Kann ja sein, dass ihr sagt, Max, hol noch einen Jugendspieler direkt hoch. Das können wir natürlich auch in der regulären Saison machen, wenn keine Transferphase ist. Oder ihr sagt, Max, hol doch noch einen von den Argentiniern, weil du sonst keine verpflichten darfst, weil du sonst keine Challenges erfüllt hast. Das kann sein, aber wir werden sehen, vielleicht macht er einen Headtrick oder wir holen uns einen Kantersieg oder sonst was in der Richtung. Ich bin mehr als gespannt. Titel werden wir wohl nicht holen, aber das ist auch erstmal nicht so wichtig. Wir haben noch ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte. Und zwar zum einen, ja, Max hat die Matt Ritchie-Gedächtnisfrisur. Das ist absolut richtig, aber Matt Ritchie ist einfach auch ein cooler Typ und einer unserer besten Spieler. Von daher ist das nicht so traurig. Ihr habt Anregungen gemacht und zwar möchtet ihr ganz gerne bei den Match-Screens vorher noch die drei bekanntesten Spieler, die jemals bei dem Club gespielt haben, aufgezählt haben. Das ist überhaupt kein Problem. Lazar kommt übrigens nicht aus Ehrenwehen oder Eikmayer, er kommt von Palermo. Ich hatte an sie jetzt gedacht und deswegen an die Ehredevise. Der spielt zwar auch bei Ajax und keinem der beiden anderen Vereine, aber macht ja auch an sich nichts. Felix Magath ist nicht mehr Trainer bei Fulham, das habe ich aber auch nicht gesagt. Und ich glaube, das war es schon an solchen Sachen, die noch irgendwie erwähnt wurden. Von daher würde ich sagen, simulieren wir mal los und gehen Richtung Spiel gegen Reading. Wir haben ein Transferangebot für John Zhao Shelby, aber das werden wir natürlich nicht annehmen, auch wenn es von Aston Villa, gerade weil es von Aston Villa kommt nicht. Die sind ja in unserer Liga, dementsprechend wäre es total dämlich, den abzugeben. Aber allgemein auch, weil er unser stärkster Spieler, glaube ich, vom Rating ist, mit 78. Es gibt doch noch zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Und zwar zum einen habt ihr gesagt, Max, stell doch eventuell die Spielschwierigkeit ein bisschen höher oder mach irgendwie Schussgenauigkeit bei dir runter, wenn du weiterhin die Gegner so zerstörst. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Faktor. Wenn das in der Premier League so laufen würde, würde ich das machen. Aber wir sind in der zweiten englischen Liga und wir spielen mit Newcastle. Das ist ein sehr, sehr guter Klub, der normalerweise die Liga im Schlaf zerstören müsste und das auch teilweise in Realität tut. Und weil wir hier ja richtig zerstören wollen, diesen Project Newcastle und Newcastle zum krassesten Klub der Geschichte machen wollen, werden wir dementsprechend natürlich auch zerstören, wenn es geht. Ist ganz klar. Wir haben bisher übrigens nur einen Spieler mit einem Tor. Und dementsprechend, also nur Spieler mit einem Tor, das soll sich heute natürlich ändern. Und zwar mit unserer Startaufstellung. Ich werde euch gleich zeigen, in welche Formation oder für welche Formation ich mich entschieden habe. und außerdem werde ich euch das Team vorher zeigen, weil das habt ihr auch demanded, beziehungsweise verlangt, Gottes Willen, immer noch im Englischen, seitdem ich in Durham war, dass ich halt euch vorher die Aufstellung zeige, bevor wir ins Spiel gehen. Das kann ich gut verstehen, deswegen machen wir das. Aber erstmal kümmere ich mich um die Aufstellung. Eine Sache, die übrigens keinem von euch so wirklich aufgefallen ist in der letzten Episode, ist, dass ich vergessen habe, die Abstimmung reinzupacken, ob 4-1-2-2-3-5-2. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann können wir heute nochmal ausprobieren, was denn besser funktioniert und spielen einfach nochmal zwei Spiele. Und heute gibt es dann die Infocard nach dem zweiten Spiel gegen Bristol City. Genau, da gibt es dann die Infokarte und da könnt ihr abstimmen, ob 4-1-2-2-3-5-2 euch besser gefällt. Und natürlich müssen wir gleich noch gucken, ob wir den Scout aus Dänemark denn holen. Weil ich kenne die Abstimmungsergebnisse. So, ihr natürlich auch, wenn er draufklickt, aber ist egal. Unsere Aufstellung fürs nächste Spiel, Cels Clark, LaSalle, Mbemba, Diame, Colbeck, dazu Atsu, Ritchie, 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 Lazar, Gail und Mitrovic vorne drin. Das liegt daran, dass Ayose Perez nicht so hundertprozentig fit ist und auf A10er-Position spielt Atsu, weil auch Wilhenna nicht so hunderttausendprozentig fit ist. Auf A6 haben wir John Joshelvie, der auch nicht, wie ihr da sehen könnt, obwohl den können wir eigentlich reinstellen. Das machen wir einfach mal. Aber, ja, genau, das ist jetzt unsere Aufstellung. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es gegen Reading laufen wird. Natürlich aber erstmal die Sache mit dem Scout. Und wenn Max ein richtiger Experte ist, gibt es den dänischen Scout einfach nicht mehr. Aber ich habe daran erkannt, was ihr gesagt habt. Und zwar 87% haben gesagt, ja, neue Scout. Ich habe schon gesehen, dass ihr einen neuen wollt. Deswegen holen wir uns jetzt Jordan Lee, einen weiteren aus England. Die Frage ist nur, wo schicken wir den hin? Ich packe euch hier nochmal eine Infocard, also die erste Infocard dieser Episode hin, wo ihr mir sagen könnt, wo wir den hinschicken sollen. Bin ich mal gespannt, in welche Richtung ihr ganz gerne gehen möchtet. Ich kann ja, glaube ich, fünf Optionen geben. Ich werde mir da mal fünf Länder raussuchen, auf die ich Bock habe. Oder fünf Nationen, auf die ich Bock habe. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Was ich auch noch sagen möchte ist, Spielervorschläge in die Kommentare zu schreiben. Wir können die nicht kaufen. Wir hatten nur einen Transfer, weil wir sollten einen zentralen Mittelfeldspieler holen. Das haben wir gemacht. Das heißt, jetzt können wir nichts mehr Neues holen, außer die Spieler, die wir in Packs ziehen. Oder, und das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare und liked den Kommentar hoch. Wir können theoretisch, wir brauchen es in meinen Augen nicht, aber wir könnten theoretisch den Transfer auch dafür verwenden, wenn wir ihn nicht mehr in die Winterpause nehmen wollen, was auch okay wäre, einen Spieler von der Laie zurückzuholen. Würde ich aber ganz ehrlich nur im absoluten Notfall machen, wenn sich einer verletzt oder sowas. Und nicht in einer regulären Transferphase. Weil das ergibt, finde ich, keinen Sinn, weil wir die Spieler erst im Sommer meistens verliehen haben. Nur als grobe Information. Aber jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer den FC Reading an. Ehemaliges Premier League Team, die sind, glaube ich, 2012 in die zweite Liga abgestiegen. Und das Schöne bei denen ist, die haben noch nie irgendeinen Erfolg gehabt. Das ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber so läuft das halt in Reading. Die sind nicht sonderlich erfolgreich in ihrer Fußballgeschichte. Haben aber eigentlich ein recht schönes Stadion. Das Mardeski-Stadion hat 24.161 Plätze. Ja, ist also gar nicht mal so klein, der Pott. Obwohl in England halt alle Stadien relativ groß sind. Der Trainer, das ist der Funfact, ist Jav Starn. Kennt man eventuell, weil ehemaliger niederländischer Nationalspieler, ein absolutes Monster in der Defensive. Und vor allem ein sehr aggressiver Typ. Bin ich sehr gespannt, ob gleich Reading auch so aggressiv auftreten wird, wie er ehemals. Top-Transfers bei Reading. Einmal Thiago Iori, könnte man kennen. Kommt ursprünglich vom FC Liverpool. Der ist für 4,3 Millionen zu Reading gewechselt. Und dazu haben wir noch einen ehemaligen Bundesligaspieler. Und zwar Roy Behrens. Und Roy Behrens, der Kollege, ist für eine Million von Hertha zu Reading gewechselt. Ja, der hat sich aber Hertha nicht so wirklich durchsetzen können in der Bundesliga. Und ist eben in der zweiten englischen Liga angekommen. Wo Reading momentan auf Tabellenplatz Nummer 5 steht. Letzte Saison war es noch ein bisschen schlechter. Da war es am Ende nur Tabellenplatz 17. Also so stark sind sie an sich nicht. Aber unterschätzen dürfen wir sie natürlich trotzdem nicht. Großartige Spieler hatten die auch nie. Momentan haben sie ein paar ganz gute. Beispielsweise Louis Grebin. Der spielt eigentlich bei Bournemouth. Beziehungsweise kommt von Bournemouth. Jordan Obita könnte man auch können. Oder Danny Williams, ehemaliger Hoffenheimer. Das sind so die paar, die man kennen kann. Außer Vergangenheit haben wir da beispielsweise Shane Long. Momentan für den FC Southampton aktiv. Und auf der anderen Seite noch Gilfie Sigurdsson. Mittlerweile bei Swansea City. Das wäre eigentlich so der beste Spieler, den wir jemals hatten. Wenn man auf das guckt, was er jetzt momentan leistet. Und, aber, wie gesagt, das ist so relativiert. Weil irgendwie ist Reading nicht so der allerkrassste Club. Obwohl sie 1871 gegründet wurden. Naja. Die Lage übrigens noch. Vielleicht ganz interessant für einige von euch. Habt ihr gesagt, dass ich das immer wieder erwähnen werde. Die sind ungefähr eine halbe Stunde mit der Metro. Beziehungsweise mit der Bahn von London entfernt. Und zwar in westlicher Richtung. Das heißt noch ein bisschen weiter im Zentrum von England. Und Richtung Südküste. Wenn man jetzt komplett England betrachtet. Nicht so nördlich wie Newcastle. Nicht so mittig wie, keine Ahnung, was da so liegt. Birmingham vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Aber halt auch nicht so südlich wie Southampton. Sondern so zwischen Birmingham und Southampton. Andere Geschichte. Wir gehen ins Spiel rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich Tagstücke. Zwei souveräne Siege in den ersten beiden Spielen. Projektaufstieg für Newcastle. Momentan in greifbarer Nähe. So zumindest die Aussage. Beziehungsweise das Gefühl der Spieler vor der Partie. Gegen den FC Reading. Der ehemalige Premier League Teilnehmer. Heute also Gegner in der Championship. Und MGT erwartete, dass seine Mannschaft hier ein absolutes Fußballfeuerwerk abbrennen sollte. Das taten sie auch in der Anfangsphase. Allerdings verhindert oft von Al-Habsi, dem Keeper des FC Reading. Allerdings die Fans waren schon ein bisschen gelangweilt fast. Denn Newcastle wollte das Tor nicht treffen. Al-Habsi verhinderte eine Chance nach der anderen. Und dann kam plötzlich der FC Reading nach vorne. Ball auf die Außenbahn. Da steht Rawls, der in die Mitte auf Vandenberg. 1 zu 0 für Reading. 30 Minuten ungefähr durch. Und plötzlich führten die Gäste in St. James' Park. Und das vollkommen aus dem Nichts. Die erste auch nur ansatzweise Chance für die blau-weiß gekleideten Männer aus Reading. Und direkt der Führungstreffer. Allerdings wollte Newcastle das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. machte weiter mit Mitrovic. Der Serbe mit der Gelegenheit aber am Tor vorbei. Al-Habsi muss hier nicht eingreifen. Aber der sollte noch sein Fett wegbekommen. Und einiges zu tun haben gegen Newcastle United. Gerade im zweiten Durchgang sollte es ein Spiel auf ein Tor sein. Und vor allem auf das. Ja, beziehungsweise ein Duell zwischen Al-Habsi und der Offensive des NUFC. Erste Gelegenheit für Lazar. 49. Minute. Klasse Parade von Al-Habsi. Und es ging genau so weiter. Die anschließende Ecke. Die Flanke auf den Kopf von Mitrovic. Al-Habsi. Und dann die Defensive. Ja, die agiert da perfekt. Und hilft ihrem Keeper aus. Und verhindert so, dass Dwight Gay hier sein zweites Saisontor macht. Auf der Linie geklärt. Durch die Beine von Al-Habsi. Aber dann abgewehrt. Weiter. Jonjo Shelby wieder Al-Habsi. Niemand kam an ihm heute vorbei. Und es ging genauso weiter. Sieran Clark auf Dwight Gay. Kriegt glücklich nochmal den Ball. Und wieder ist Al-Habsi da. 55 Minuten durch. Und Newcastle hatte Chancen für drei Spiele. Aber Al-Habsi vereitelte sie alle. Und das ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Wieder Lazar, der ein gutes Spiel machte. Auch Wilhenna das erste Mal, dass Al-Habsi nicht eingreifen muss nach 75 Minuten. Aber von Newcastle kam jetzt einfach nur noch wilde Offensive. Der eingewechselte Murphy mit der Riesenchance. Und wieder ist Al-Habsi da. Und verhindert den Ausgleichstreffer des Iren. Was für eine Gelegenheit. Den macht er normalerweise im Schlaf. Aber heute Al-Habsi einfach unbezwingend bei Iori. Stört Murphy dann auch entscheidend beim Abschluss. Und dementsprechend trennt sich Newcastle mit 0 zu 1 vom FC Reading. Fährt die erste Niederlage ein in der zweiten englischen Liga. Und hat damit zumindest einen minimalen Dämpfer im Projektaufstieg erhalten. Sie waren das deutlich bessere Team heute hier im St. James' Park. Aber so ist die Championship. Und dementsprechend verliert Newcastle. Dank dem Man of the Match Joey Vandenberg und Al-Habsi mit 0 zu 1. 14 zu 2 Schüsse und wir verlieren gegen Reading. Und genau deswegen spielen wir auf Legende, damit sowas in Zukunft auch noch passiert. Weil ich glaube, das war für mich ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Ich glaube, einige von euch haben sich schon ein bisschen schadenfroh darüber gefreut, dass wir jetzt hier verloren haben. Natürlich extrem bitter. Das hätten wir normalerweise locker mit dem Kanter-Sieg pennen können. Und damit mit einem weiteren Transfer und Pack. Aber leider Gottes, nein. Ja, was willst du machen? Im Endeffekt haben wir jetzt ein monatliches Scouting-Update. Das erste überhaupt. Und da haben wir schon mal Henry Mason, der sehr, sehr stark aussieht. Und den wir direkt mal verpflichten. Das dürfen wir machen. Wir dürfen ihn nur nicht hochholen in die Probimannschaft. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, beziehungsweise noch immer am Zweifeln sind. Marcus Roberts beobachten wir mal. Und der Rest war jetzt hier nicht so stark. Spieler verletzt. Das ist Azu. Und der fällt drei Wochen aus. Das ist nicht so schön. Aber damit können wir leben. Weil Stammspieler ist er, wenn Villena da ist. Normalerweise ja sowieso. So, aber damit kommen wir auch direkt zum nächsten Spiel. Lassen uns gar nicht beirren von der momentanen Tabellen-Situation, in der wir Sechster sind. Jetzt sogar hinter Reading einen Punkt. Sondern spielen gegen Bristol City. Einen Verein, den ich relativ interessant finde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn die Jungs haben einiges auf dem Kasten. Hatten nämlich letzte Saison... So, wir lassen uns nicht beirren von der Tabellen-Position. Momentan sind wir Sechster. Sogar hinter Reading, die jetzt einen Punkt vor uns sind. Und spielen gegen den nächsten Gegner. Gegen Bristol City. Passenderweise waren die letzte Saison 18. Das heißt, ein Platz hinter dem FC Reading. Aber das muss ja nichts bedeuten. Haben wir ja gerade eben gesehen. Ich meine, gut, Newcastle war in der Premier League auch 20. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da wollen wir jetzt gar nicht weiter genauer drauf eingehen. Top-Transfers. Zunächst einmal Lee Tomlin, geholt von Bournemouth. Sehr, sehr ähnlich irgendwie zu Reading. Die ja Louis Graben von Bournemouth geholt haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ist auch egal. Darum geht es jetzt nicht. Anderer Top-Transfer. Nicht so teuer gewesen. Aber man kennt ihn. Deswegen habe ich ihn da reingenommen. Genauso wie Roy Behrens von der Hertha. Jens Hegeler von der Hertha. Also irgendwie, ich habe, also ich weiß nicht. Irgendwas ist da komisch. Ashton Gate ist das Stadion. Also so heißt das Stadion Ashton Gate Stadium. Hat 27.000 Plätze. Das ist ordentlich auf jeden Fall für einen Verein, der nicht so groß ist. 1897 übrigens gegründet. Ein Jahr nach Hannover 96. Sehr, sehr schön. Allerdings auch das muss halt wieder überhaupt nichts heißen. Ja, muss man da ganz ehrlich mal sagen. Dazu die Lage einmal von Bristol. Die liegen ungefähr bei Wales. Sehr, sehr weit westlich in England. Nicht so westlich wie Plymouth. Wer weiß, wie England aufgeteilt ist. Es gibt, ich glaube in eurer Perspektive, hier eine kleine Insel westlich. Und da drunter. Da drunter ist Plymouth und so. Und in diesem Knick quasi drin. Da liegt Bristol. Ist also irgendwo im Nirgendwo. Kann man zumindest so sagen. Größter Erfolg. Ist schon ein bisschen traurig. FA Cup Finale. 1909. Gegen Manchester United. Verloren. Ja, das ist halt Bristol. Ist ein kleiner Verein. Ja, ehemalige Spieler, ne. Gibt's nicht. Also es ist zumindest nichts dabei, wo man sagen müsste. Boah, den kennt man. Vielleicht Connor Maynard. Ehemals Cardiff City. Ich glaube auch bei West Ham hat er mal gespielt. Mittlerweile bei Milton Keystones. Also irgendwie Bristol nicht so der absolute Metropolenklub. Was die ehemaligen Spieler angeht. Aber Fabian Giefer kennt man eventuell. Der spielt da ehemaliger Schalker. Und es spielt da auch noch ein weiterer, sehr vielversprechender Spieler. Und das ist auch der Funfact gleichzeitig. Nämlich den Jungen, den ich zu Manchester City im Karrieremodus geholt habe. Ein sehr, sehr großes Stürmertalent aus England. Tammy Abraham. Ob der noch lange da bleibt, ist die große Frage. Aber auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir jetzt gegen Bristol spielen. Und das wird unsere Aufgabe. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich diesmal einen Sieg. Bis gleich. Unsere Aufstellung vor dem Spiel gegen Bristol ändert sich marginal. Perez geht in den Sturm. Und zwar für Gail, der nicht ganz fit ist. Wilhenna kommt auf die 10 für den Verletzten dazu. Und auf der 6 spielt Anita für John Josh Harvey, der auch nicht ganz fit ist. Also nichts großartig Verändertes gegen Bristol. Nach der Niederlage gegen den FC Reading heute wieder Gutmachung angesagt. Für Newcastle zu Gast bei Bristol City. Kapitän Jack Hulbeck führt den Tabellensechsten auf den Platz. Bristol momentan Tabellenfünfzehnt, aber nur zwei Punkte hinter Newcastle. Das heißt, mit einem Sieg würden sie an den Elstern vorbeiziehen. Der Serbe Nitrovic stand wieder in der Startelf für geballte Offensivkraft. Und die versucht ja Jose Perez gleich mal in die Tat umzusetzen. Beziehungsweise aufs Papier zu bringen. Erste schöne Gelegenheit des Spaniers Newcastle. Genauso wie zuletzt gegen Reading mit voller Offensive und mit vielen Chancen. Hier noch nicht genutzt zum Ärger von MGT. Aber es geht weiter in der 25. Minute. Wieder Perez, wunderbarer Seitfallzieher. Aber klasse dazwischen gesprungen vom ehemaligen Herthaner von Jens Hegeler. Der hier das 0 zu 1 aus Sicht von Bristol City verhindert. So dass Fabian Giefer, der Ex-Schalker, nicht eingreifen muss. Zwei Deutsche also in der Startelf gegen den deutschen Trainer. Auf der anderen Seite Sieran Clark mit der dicken Gelegenheit direkt im anschließenden Eckball. Aber er setzt den Kopfball knapp übers Tor der Ihre. Noch ohne Treffer für seinen neuen Arbeitgeber kam er vor der Saison von Aston Villa zum Premier League Absteiger. Und ärgert sich hier über die vergebene Chance. Weiter geht's über Mitrovic. Anita mit dem Ball auf Wilhenna. Und dann sitzt tatsächlich mal einer. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und so kann man doch mal sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber schießen. Toni Wilhenna mit seinem ersten Tor für Newcastle United. Und das können wir uns gerne nochmal in der Wiederholung angucken. Absoluter Strich in die linke Ecke. Giefer kann da absolut nichts machen. Und dementsprechend die auch verdiente Führung für Newcastle. Denn die waren das Team, das hier eindeutig mehr ins Spiel reinbrachte. Und eigentlich auch das einzige Team mit Chancen. Jetzt Bristol City total verunsichert. Mitrovic mit der Ballerobung im gegnerischen 16er. Jose Perez ist da. Und jetzt trifft er tatsächlich zum 2 zu 0. 50. Minute. Und plötzlich war Bristol City ganz, ganz schlecht. Was die Ausgangssituation angeht. Ganz bitterer Ballverlust von Hegeler. Und dann Perez eiskalt vor dem Kasten mit Hilfe des Pfostens. Doch wer glaubt, dass das die Entscheidung war? Viel falsch gedacht. Plötzlich kam richtig Bristol nach vorne. Allerdings die Chance hier von Odauda vergeben. Matt Sales kann den Ball halten. Auf der anderen Seite Anita. Und Giefer war noch dran. Sonst wäre der Ball des Niederländers vielleicht eingeschlagen. Es wäre das zweite Traumtor eines niederländischen Mittelfeldspielers in dieser Partie gewesen. Aber der Sechser wird hier verhindert. Oder die Neid von Fabian Giefer. Es ging jedoch weiter. Und zwar mit Jens Hegeler. Und dieser dummen Aktion im 16er. Vollkommen zu Recht. Der Elfmeter. 72. Minute. Und somit natürlich die dicke Chance für Newcastle. Hier vollkommen zu Recht. Die Entscheidung und das 3 zu 0 herbeizuführen. Perez mit der Gelegenheit auf seinen Doppelback. Und der Spanier ist eiskalt. Wunderbar in die linke obere Torheuge. Giefer chancenlos. Bleibt in der Mitte stehen. Und somit die endgültige Entscheidung in Bristol im Westen England. Allerdings gaben die sich nicht auf. Sondern kamen plötzlich angestachelt von diesem Ergebnis nach vorne. Matt Sales sieht gar nicht gut aus. Und da ist zumindest Ergebniskosmetik. Schöner Treffer von Engwald. Der sich da gegen 2 durchsetzt. Und gegen Sales. Der viel zu unentschlossen aus seinem Tor rauskommt. Zuletzt bereits gegen Reading. Nicht so gut ausgesehen. Und hier erneut nicht Schlussphase der Partie. Ayose Perez mit seiner ersten Gelegenheit. Allerdings sollte es noch eine zweite geben. Schöner Ball von Diame. Auf den Spanier. Der will natürlich seinen Hattrick erzielen. Schafft es aber nicht. Giefer, der beste Mann bei Bristol. Verhindert den zweiten, den dritten Treffer von Ayose Perez. MGT wird es egal sein. Den Fans auch Sieg. Wichtiger Sieg. Mit 3 zu 1 für Newcastle. Wieder ein Gegentor. Aber weitere wichtige drei Punkte auf dem Weg zurück in die Premier League. Und damit natürlich auch abgesetzt von den ersten Teams im unteren Tabellendrittel. Newcastle. Wieder oben auf. Newcastle. Sind wir ganz ehrlich. Das hätte sowohl der Kanter-Sieg als auch der Hattrick sein müssen normalerweise. Aber Sales mit dem Fehler und Ayose irgendwie nicht so mit Bock die Chancen zu nutzen. Egal. 3-1 Sieg. Sehr souverän. Damit sind wir zumindest wieder ein bisschen da. Und Reading hat ein Unentschieden gespielt. Das heißt, an denen sind wir auf jeden Fall wieder vorbei. Ist aber erstmal unwichtig, weil jetzt im Pokal gegen Preston. Dazu gibt es, wie gesagt, keine Info. Einfach aufgrund dessen, was da gegen die sowieso noch spielen. Wenn sie überhaupt in der zweiten Liga spielen. Wenn nicht, dann haben sie keine Info verdient sozusagen. Ja, Trainingsleistung ist überragend, Alter. Einmal A und viermal B. Aarons steigt auch auf 73. Der hat ja gerade ersatzweise gespielt. Wird jetzt wohl von Anfang an spielen. Aber die Elf seht da gleich. Und ich weiß übrigens, ich habe vergessen. 4-1, 2-1, 2-2 spielen zu lassen. Aber das mache ich jetzt im Pokal. Vielleicht funktioniert ja auch das. Und Jonjo Shelby weckt anscheinend Begehrlichkeiten. Auch der FC Burnley möchte ihn haben. Aber nein. Ich muss ja sagen, ich hätte schon gerne ein Pack geöffnet in dieser Episode. Vielleicht holen wir uns ja einen Kantersieg im Pokal. Wir spielen immerhin zu Hause. Das heißt, theoretisch ist es möglich mit dieser Aufstellung. Wobei, da ist noch ein Fehler drin. Und zwar spielt im Pokal nicht Matt Seltz, sondern Karl Darlow. Eigentlich sollte Seltz nach den beiden Fehlern gerade sowieso nicht mehr spielen. Defensiv habt ihr gesehen. DeAndre Jettlin. Warte, da müssen wir auf 4-1, 2-2 umstellen. Ich bin so eine Pappnase. Aber das macht es irgendwie auch interessant. Jettlin rechts, dann in Bamau und Clark in der Mitte. Links Lazar, zentral defensiv Shelby. Rechts die Armee kann er eigentlich nicht. Aber er wird schon. Will Henner auf A10. Dann Aarons links vorne, Galen Murphy. Wer mal eine Chance bekommt, hat er gerade auch gegen Reading. Die ist eine Riesenchance vergeben. Die aber, ja zugegeben, auch nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Weil wir ja alles vergeben haben in diesem Spiel. Mal sehen, wie es jetzt gegen Preston läuft. Ich bin gespannt. Es ist ein Heimspiel, wie gesagt. Normalerweise sollte es kein Problem sein. Wir haben in der Liga gegen QPA 1-1 gespielt. Gegen Derby County 2-2 gegen Fulham 2-2. Sind also solide Ergebnisse definitiv. Und wir spielen noch gegen sie in der Liga. Das heißt, sie sind in unserer. Lazar macht nach einer Minute das 1-0. Der spricht normalerweise ja schon mal für Kanter Sieg. Allerdings kann es auch dafür sprechen, dass wir einfach 1-2 verlieren. Deswegen wollen wir mal nicht zu optimistisch sein und sagen, dass es bestimmt ein knappes Ding wird. Ja, Rolando Aarons. Gerade noch erwähnt, ist verletzter. Sich das natürlich gar nicht schön. Kobay kommt für ihn rein. 2-1. Die Armee verschießt noch einen Elfmeter, trifft aber vorher per Elfmeter. Vollkommen egal, wir sind weiter. Aber natürlich extrem bitter, dass Aarons verletzt ist. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nicht lange ausfällt. Weil ansonsten wird es ein bisschen eng, weil Azu ja auch... Wobei, Azu kommt bald wieder. Von daher, so schlimm ist es nicht. Aber mal schauen. Burnley hat überraschenderweise 66 Millionen nicht vorzubezahlen. Und 4 Monate fällt unser Youngstar aus. Ich wollte ihn so schön aufbauen. So schön aufbauen. Und jetzt fällt der Junge einfach aus. Aber wie gesagt, an sich, normalerweise würde das hier mit 2 verletzten Spielern, die halt auf dem Flügel agieren können, heißen. Ja, kauf auf jeden Fall wie Neues. Aber er ist kein Stammspieler. Er ist Ersatzspieler. Wir haben auch noch beispielsweise einen Armeiobi auf der Bank, der Ersatz spielen kann. Beziehungsweise Ersatzweise spielen kann. Und wir haben Länderspielpause. Das heißt, danach dürfte... Oh, haben wir nicht. Okay, wir haben doch 2 Wochen. Das heißt, Azu dürfte danach sowieso wieder da sein. Das heißt, es geht alles, ja. Ich bin trotzdem mal gespannt, ähm, ja, was ihr meint. Weil wir dürfen jetzt halt nur entweder von der Laie zurückkommen, was wir nicht machen werden. Werden wir nicht machen. Außer ihr sagt jetzt, hol unbedingt den. Und da sind jetzt 700 Likes auf dem Kommentar. Da machen wir es. Aber ansonsten nicht. Nächste Episode geht es gegen diese 4 Gegner. Gegen Brighton & Hove, gegen Darby, gegen die Wolves und gegen die Queens. Nein, wir machen 3 Spiele. Wir spielen gegen die Queens bei Grands of Brighton & Hove und gegen Derby County. Und nächste Episode, also übernächste, geht es dann gegen die Wolves, gegen Herston Villa und gegen Norwich City. Ich denke mal, Pokalspiel wird auch irgendwann dazwischen geballert. Aber schauen wir mal. Ja, das war es immer von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Teil 3 von Project Newcastle. Newcastle, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich tierisch über freuen, wenn wir die 1000 Likes schaffen. Die Info-Karte auf 412-12352 ist bestimmt schon da gewesen. Aber ihr könnt es auf jeden Fall hier oben, glaube ich, nochmal sehen. Ich kann es immer sehen, weil ich die Videos mache. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe. Ja, wenn es, wie gesagt, alles ausstecken in der Videobeschreibung. Like da lassen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video oder am nächsten Samstag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Passt dabei auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.